Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ClipCheck. Auch diese Woche zeige ich euch wieder die besten und witzigsten Videos aus dem Netz. Hinfallen, aufstehen, Krone richten. Hier trifft der Spruch zu wie die Faust auf Auge. Wer sein Glück herausfordert, der darf später auch nicht über seine Dummheit klagen. Kommen wir zu den Pannen der Woche. In der Lage ist der Aufenthalt, die Was? Oh, nein! Oh, nein! Oh! Hehehehe. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Mach! Die Olympische Spiele sind erst ein paar Wochen her. Und die Olympia-Fans sind immer noch motiviert und voller Feuer, was den Sport angeht. Ob diese Kandidaten sich hier mit ihren Leistungen für das nächste olympische Fest qualifizieren können, beurteilst du am besten selbst. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Die Abende werden kühler und die Festivalzeit geht vorbei. Die letzten feierbütigen Fans haben den Abpfiff nicht gehört und machen weiter, was das Zeug hält. Dabei geht der Anstand schon mal verloren. Die Abpfiff nicht! 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 Wollt ihr euch lieben und ehren bis dass der Tod euch scheidet. Die Hochzeit, der wichtigste Tag im Leben einer Frau. Alles muss perfekt sein. Die Männer sehen das da ein bisschen entspannter. Für die Frau kann auch schon das kleinste Unglück den ganzen Tag ruinieren. Die divine, holy trinity. Musik Wenn man an Hunde, Delfine und Co. denkt. Dann denkt man an die süßen Tiere, die den Menschen nie etwas Böses tun wollen. Es sei denn, das Tier hat mal einen schlechten Tag oder der Mensch geht dem Tier so richtig auf den Keks. Dann kann auch schon mal sowas hier passieren. Das ist ein sehr schönes, das ist ein sehr schönes, das ist ein sehr schönes. Ha, 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 ha. Ich will euch nicht die Spannung vorwegnehmen, deshalb kommen wir schnell zum Gewinner der Woche. Ja, ich weiß, schade, aber leider ist ClipCheck heute schon wieder vorbei. Das macht ja nichts, denn nächste Woche geht es weiter. Und wenn du dein Video in der nächsten ClipCheck-Sendung sehen möchtest, dann schick uns das Video oder den Link an magta.radkowski.tvb.de. Du kannst natürlich auch deinen Beitrag bei Facebook oder Twitter mit dem Hashtag ClipCheck markieren. Ich mache mich wieder auf die Suche im Internet nach den besten und witzigsten und verrücktesten Videos nur für euch. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.